Guten Tag von Generation Pack! Ey, voll scheiße, glaubst du? Bin gerade am Schoffen, und jetzt? Muss ich in Zucca. Und auf dem Weg in Zucca muss ich meinen Text lernen, voll crazy, scheiße, komm ich her. Aber ich sag euch, wenn du es mit Herz machst und so, ist alles cool. Weil, dann kommst du vorher, weißt du? So, deshalb musst du auch bleiben. Weißt du? Ich schaffe jeden Tag und lerne trotzdem meine Texte und so. Und ich hoffe mal, dass ich es irgendwann kann. Peace! Backstash im Summer Casino. Generation Packet tut ihren Auftritt mit neuen Songs vom neuen Mixtape Durmont Cartier auf der Bühne. Das Mixtape erscheint am 29.05. Geh euch das geh holen, du hättest Tracks duft mit Black Tiger und Greise. Ist wirklich ein geiles Ding geworden. Wie gesagt, 29.05. Durmont Cartier in euren Läden. Peace! Ausatmen Töten Weißt du, das schau ich einfach nicht. Ich sehe, Backstage, Ladies, alles wie bis daheim. Aber genau, Aroma! Filmen wir mal da! Geile Jecke, kann ich viel gemacht? Du und so, alles klar, und du? Ja, man zuvor, kann ich auch. Die Nummer vielleicht, oder so. Könnte man ja ein bisschen spielen? Groobie sind auf dem WC, Alter. Jetzt, wo wir alleine sind. Los, zwei. Jetzt, wo wir alleine sind, Alter. Alleine durch die Kamera. Ey, geh, mach ab, mach ab. Mach's kurz. Für alle die, die oft im Soga sind und sich gefragt haben, wie es hier Backstage durchsehen. Wir sehen, es ist alles recht bescheuert. Der hat getrankt, muss sich nicht bedienen. Die ist schon am Rasse. Kommt ein bisschen chillen. Ja, und gleich ist es soweit. Fliegen wir runter. Domo und Cartier, wisstet was geht. 29.05. Käufert euch das Ding. Käufert zu euch. Nee, ich bin ehrlich zu euch. Wir sitzen mit 10, 15 Homies im Studio. Dann kommt da ein Day. Man, Dizzy, rappen mit Daz. Wir haben dich mit Daz. Wir haben dich mit Daz. Wie war's mit Daz? Und so. Danke, Scheisse, Mann. Nach vielen Blablabla. Haben wir einfach gesagt. just let le Das war's. 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 Das war's.